Der Flughafen ist für mich ein Ort, an dem ich Verantwortung übernehmen kann, mir aber auch die Chance gegeben wird, mich zu beweisen. Hier setze ich meine Überzeugung in die Tat um und trage dabei zu einer besseren Umwelt bei. Ich kann ein Teil davon sein, wenn neue Dinge entstehen. Mit familiärem Umfeld, bei dem man sich gegenseitig unterstützt. Es warten ständig neue Herausforderungen. Bis zum nächsten Mal.